Rein in den Spaß. Willkommen zu Reining Games 2021 Demo. Demo lässt dich den Beginn des Spiels erleben. Bitte beachte, dass sich die aktuelle Version des Spiels in der Entwicklung befindet und alle Inhalte sich nicht als endgültig betrachtet werden sollten. Viel Spaß beim Spielen. Das Develop-Team von Verbindvollz. Ok. Na dann und damit seid gegrüßt. An den Zwerge genommen haben wir zu denken. Zum wahrscheinlich letzten Demo-Version. Zum letzten Test der Gamescom 2021. Im Jahr in der Buch 2021 online. In den Zwergefürst. Wir spielen, regulieren das Spiel. und starten die Demo. Auf geht's. Cantina. In einem sprechenden mechanischen Welt. Auf dem Namen Finn-Hörz lebt ein Skikretz so ein Mensch. Dort eines Tages wurde Finn mit einem seltsamen Schleim gefallen. Und die Menschen mussten den Wald verlassen. Alle Menschen? Nein. Nein. Ein Töpfer. Gebt zurück. Ein Dorf. Wir haben das gleiche. Jetzt stand's. Ich bin nehm. Dann gibt's den Knochen. Ich bin nehm. hmmm. Entschuldigung, wir können alle wissen, dass es auf uns im Ok, was tun wir? Buch einsammeln. You got your... Hallo Ernest. Ich finde aber bereit. Schon mal ein verstopftes Glas. Noch repariert. Last noch? Ok. Macht ihr alles kaputt. Was, 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 was? Ich bin gerade dabei. Ok, wir haben Thanos Handschuhe geklaut. Jetzt müssen wir nochmal schnipsen und dann ist alles hier wieder in Ordnung. Aha. Oh je, das Regal fällt vielleicht um. Ok. Er ist durchgestrichen. Das ist ein bisschen hässlich. Oh, ein anderer Handschuhe. Punktlauf. Was kann der? Ja. Ach so. Die Sachen ziehen. Zum Beispiel das hier. Hieran hängen. Das ist eher ein Kinderspiel. So als Kinderspiel gemacht. Na komm, kannst du hier dran hängen. Da tut es schon irgendwie. Schleimt hier alles voll. Oh nein. Uff Ernest, was ist passiert? Dann wahrscheinlich die Energie zu rauben. Aha. So kann ich Sachen anziehen dann. Und wo ist das Ding? Das abfördern. Oh. Ja was? So. Wir haben Energie. Was nun? Oh. 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 Was tun wir jetzt damit? Jetzt haben wir wieder Batterie, oder jetzt haben wir wieder... Im Schrank verstecken. Auf einer Narnia. Auf einer Narnia. Auf einer Narnia. Auf einer Narnia. Wir warten wahrscheinlich auf die Bahn. Auf der kurzen Bahn. Aber es bringt es, wenn wir nicht wissen was wir machen sollen. Vielleicht können wir das irgendwo unter die Sache stellen. Da oben rein, ah ok, da können wir jetzt weiter Stricken planen, ich sehe schon wie geht es weiter. Tunnel zum Blasloch, will ich gar nicht wissen was dieses Blasloch ist. Ok, jetzt müssen wir diese Blöcke nehmen, den Kraken erledigt. Aha, Badehose anziehen, ok, vielleicht können wir hier irgendwie anders rüber. Können wir uns selber rüber teleportieren oder so. Und wir gehen hier durch. Auch ein Weg. Durch den Lüftungsschacht. Oh weh. Wow. Was passiert denn jetzt schon wieder? So gut wie dort. Aha. So gut wie dort. Aha. Wir lassen uns immer wieder stapeln und dann hier. Verstehe. Man könnte noch diese lästigen Schraffungen weg machen. Das wäre noch ein Wunsch an die Entwickler. Das stört halt dann doch irgendwann irgendwie. So gut wie hier. Jetzt können wir auch weiter runter oder was. Das wollen wir ja nicht. Ich bin hier hoch. Ach komm, da komm ich eh nicht hoch. Giovanni Mo. Äh was. Und jetzt gelanderts. Und jetzt. Knieschen zu fangen. Ähm. Du musst lange im Leben. Aha, da haben wir eine Batterie drin, spielen ziehen, ok, was wird hier gespielt? Ja, das war alles. Hm, die Flucht kommt. Sehr schön. Ja, irgendwie hoch. Aber wohin damit, das jetzt hier rausnehmen? Wollen wir das irgendwo hinpacken? Aber ich komme mal da rüber. Aha. Nun. Haben wir die Batterie dort richtig hingeworben oder was? Okay, die Angel könnten wir vielleicht irgendwie bedienen. Okay, die Angel könnten wir vielleicht irgendwie bedienen. Ein Haferstier. Oder vielleicht drüber den letzten Fisch noch rausnehmen. Ganz leicht machen. Können wir da vielleicht drüber. Das wird jetzt Rieselslosung sein. Hopp. Sehr schön. Wunderbar. Schleimchen hier vertreiben. Äh, was? Was geschieht? Schleimchen hier. Wo gehen wir hin? Elevator. Der Fahrstuhl. Okay, und nun? Computer mitnehmen. Aufzug. Aha. Das Blas noch. Wünschen man ja. Okay, jetzt kommen wir zum Ziel. Ja, da bin ich auch hin. In Statt zum Wissenschaft. Nein, das ist das Blasloch. Das Blasloch zerstört. Kaputt. Verstopft. Ja, verstopft war das Ding. Und raus müssen wir hier. Was suchen sie denn hier? Das Blasloch. Was suchen sie denn hier? Das Blasloch. Okay. Die Perle. Perle aufheben. You get Mr. Push. Äh, okay. Mal schauen, ob sie es schaffen. Die Perle runterwerfen. Okay. Hier. Aha. Oh shit. Was passiert? Die Perle runterwerfen müssen wir. Ach, die bleiben dann reingeben. Die bleiben dann entkleben und dann... Ah, okay. Verstehe. Ich muss dazu explodieren bringen, wenn sie da sind. Ah, sehr schön. Verstehe die Technik. Mit Karo. Und ist das hier? Ne, das war aber nichts. Okay, noch irgendwo ein Ball. Das sehe ich eigentlich nicht. Aber okay. Ach so, da stand ich noch drauf. Ja klar. Und die Open Ball. Ausgezeichnete Wurftechnik. Ich bin jetzt hier. Entfernt Schacht. Sehr schön. Effektive Bombe haben wir jetzt hier. Entfernt Schacht. Österreich, das brach. Was ist das gekommen, Herr desse ecketen, zu oft gesprengt ok was denn das kriegen wir bestimmt auch so hin oder auch nicht darfst du natürlich nicht zu platzen lassen wenn wir so in deiner Hand sind und nun jetzt können wir da rüber sehr schön fahrstuhlmäßig nach oben ok müssen wir da jetzt rüberkommen ach, jetzt muss man schauen können bringen das alles klar erstmal Pause wie Pause jetzt mal das kaputt geht mach weiter nö, er macht eine Pause, er macht ein Nickerchen du hast es bis zum Ende unserer Demo geschafft Ernest braucht jetzt erstmal eine Pause aber sein Abenteil wird weitergehen ein Nickerchen das du Regeln gespielt hast durch den LMT um zu fortfahren und dann bin ich Bis zum nächsten Mal.